Hallo, wir sind hier auf der 2227 Southfest 45th und ich möchte Ihnen gerne ein Haus zeigen, was ich glaube, würde Sie sehr gut interessieren. Fantastisch Vacation Rental, Opportunities. Schon wenn Sie reinkommen, sehen Sie den tollen Blick auf einen viel größeren Kanal als alle anderen. Das Wasser ist dort Tiki Hut, es gibt so viele Sachen. Dieses Haus hat vier Schlafzimmer, vier Bäder und es ist über 3000 square feet groß. Wir kommen als nächstes in die Küche. Riesengroße Küche mit echt Holz, Küchenschränken. Wir haben sogar fast nagelneue Appliances oder Mikrowelle, Ofen, Kühlschrank. Das ist alles sehr, sehr neu. Und gleich nebenan ist der wirkliche Esszimmertisch. Natürlich mit Blick auf den Kanal, den Pool und weiter geht's. Und dieses hat ein eigenes Badezimmer, was Sie auch gleichzeitig als Poolbass benutzen können. Und wenn wir schon gerade hier sind, mache ich den mal auf oder auch nicht. Und ich zeige Ihnen die fantastische Outdoor. Sie sieht jetzt ein bisschen wie so ganz sauber aus. Einfach deswegen, weil es gerade nicht benutzt wird. Wir haben gerade keine Klima hier drin. Aber man kann hier wunderbar stehen, seine Gäste entertainen. Und stellen Sie sich vor mit dem Blick, wie schön es in Florida ist. Dort unten ist auch ein Brotstock. Riesengroß mit Kanapien und einem schönen großen Wippen. Patrick, wie lange dauert es nach dem Wasser? Kennst du das? Um 25 bis 30 Minuten. 25 bis 30 Minuten. Sie brauchen ca. 30 Minuten nur und schon sind sie draußen. Abends hier zu sitzen mit einem kühlen Bier und den Fisch zu schauen und einfach relaxen. Hier träumen Sie mich nur davon. Hier kann hier kaum Realität werden. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie Interesse haben an diesem Haus. Patrick ist auf jeden Fall für Sie da. Und auch ich werde Ihnen gerne helfen bei allen Ihren Wünschen. Machen Sie Ihren Raum real. Kommen Sie nach Florida. Vielen Dank. Der Arte Wunderer. März 1 März 1 März 1 März 1 März 1 Untertitelung des ZDF, 2020